Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk, zu einem Film, den ich letztes Jahr schon gesehen habe. Und er kommt jetzt erst in die deutschen Kinos mit Julianne Moore, mit Charles Melton und mit Natalie Portman in den Hauptrollen. Das Red ist von May December und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Ich möchte ein Charakter finden, das ist schwierig zu verstehen. Warum sind sie so? Waren sie born oder waren sie made? Ich glaube, du bist so tall. Du bist so tall auf TV, aber wir sind quasi der gleichen Größe. Danke für das. Ich will, du erzählst die Geschichte, nicht wahr? Sie sind nicht, sind sie? Wir haben uns schon seit 24 Jahren zusammen. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? So good. What's your relationship like with your kids? How is that relevant? You're the actress playing my mother. Look me in the eye and tell me how selfish you are. You're different than me. You're a modern woman. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. Insecure people are very dangerous. I have an idea of what sneaking around with you must have felt like. I shouldn't have said that. No worries. What were your expectations? That my children would love me and my life would be perfect. I'm a little naive. I am naive. I always have been. In May December geht es um Gracie Affleton Yu und ihr Ehemann Joe. Gespielt von Julianne Moore und Charles Melton. Die sich gerade aktuell darauf vorbereiten, auf den Highschool-Abschluss ihrer beiden Söhne, ihrer Zwillinge. Doch das wird torpediert von Elizabeth Barry, gespielt von Natalie Portman, die sich nun quasi in diese Familie reinarbeitet, weil sie die Hauptrolle spielen soll in einem Film über Grace Affleton Yu und ihre Affäre zu Joe, der zu dem Zeitpunkt noch minderjährig war. Und deswegen wurde sie, sie auch Schauspielerin war und quasi eine Persona non grata in Hollywood. Und ja, es wird zu einer Geschichte von Intrigen, von Beziehungen, von einer nicht intakten Beziehung, von einer Beziehung, die auch so hätte vielleicht nie stattfinden sollen. Und von Rissen, die sich immer weiter durch diese Beziehung ziehen und einer Natalie Portman, die quasi wie ein Keil dazwischen geschoben wird. Ein Thriller, beziehungsweise ein Drama, das nur eine Oscar-Nominierung bekommen hatte und das für das originale Drehbuch, was eigentlich Frechheit ist, weil der Film ist so fantastisch gespielt, eigentlich hätte hier jeder der Protagonisten eine Nominierung verdient gehabt. Vor allem Charles Melton als Joe, der hier mit Abstand alle an die Wand spielt. Was ich nie erwartet habe, aber was der hier abliefert in diesem Film, ist einfach wirklich Oscar-würdig, ganz, ganz großartig gespielt mit Nuancen, mit einer Unterwürfigkeit seiner Frau gegenüber und einer inneren Zerbrochenheit, wo er sich nach all den Jahren fragt, ist diese Beziehung, diese Ehe eigentlich noch tragbar. Dann haben wir eine Natalie Portman, die wunderbar dazwischen agiert, die irgendwie aufgrund dieses, weil sie halt eine Schauspielerin ist und so in diese Familie reingedrängt wird, aufgrund ihrer Arbeit, ein Keil dazwischen treibt, was immer mehr Risse in diese vermeintlich intakte Beziehung bringt. Und das ist so wunderbar durchdacht auch geschrieben, weil man wirklich zu jedem Charakter einen Bezug bekommt und man zu jedem Charakter versteht, warum diese jetzt so handeln, wie sie nun mal auch handeln und wie sie nach und nach an dieser Situation zerbrechen. Ganz großartig geschrieben, es hat einen interessanten Soundtrack, der nicht jedem schmecken dürfte, das passt nicht jedem, aber ich muss sagen, dass May December ein wahnsinnig intensives Stück Film ist, das viel mehr Oscar-Nominierungen hätte verdient gehabt, das dem echt Unrecht getan wurde, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Thriller-Drama mit bärenstarken Schauspielern, der zwar funken zu lang geworden ist, aber nichtsdestotrotz, guckt den euch an, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, gebt dem euch einer der besten Dramen-Thriller, die man dieses Jahr vielleicht im Kino sehen kann. May December bekommt von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen, dann schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, tschüss, haut rein und bye.